Die erste Entdeckung der Struktur von Elektronen auf der Welt Ein Elektron engeregt wird. Und hier ist ein Photon geboren. Mit all seiner Schonheit, seiner Geschwindigkeit und seiner unglaublichen Brillanz. Ein Engel. Wir haben bereits die unsichtbare Welt des Photons entdeckt. Und wir haben gesehen, dass die Farbefeld des Photons wegen der Änderung der Menge seines Graviodes ist. Jetzt werden wir sehen, welche Verbindung Elektron und Photon miteinander haben und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Elektron Struktur und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Und wie sie sich die Farbefeld des Photons entdeckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die wirkliche und wahre Struktur von Elektro. Daher ist das Elektron der Geburtsschutz des Photons. In anderen Worten, das Elektron ist wie die Mutter des Photons. Und wir konnten sagen, dass die Struktur des Elektrons aus einer Ansammlung von Photonen bestehen, die sich nebeneinander gestapelt sind. Das ist ein Elektron. Man kann sich das Elektron als eine hohle Kugel vorstellen. Dass die Photonen sich auf seiner Oberfläche bewegen. Mit einer spielformigen Bewegung auf gesamten Kugel rotieren. Aus seinen spielformigen Bewegungen auf der Oberfläche der Elektron-Kugel. Photonen drehen sich auch um ihre eigene imaginäre Achse. Das ist fast denkbar auf seine orbitalen Bewegung. Wie beim Planeten Uranus. In der Realität gibt es kleinen Unterschied zwischen den Photonen. Und die Vielfalt der Spektra-Farben besteht wegen der Änderung der Menge der N-Giro-Radius. Der Haus folgt, dass es kleinen Unterschied zwischen Elektronen in unterschiedlichen Atomen gibt. Der Haus folgt, dass die Struktur des Elektronen in unterschiedlichen Atomen gibt. Der Haus folgt, dass die Struktur des Elektronen in unterschiedlichen Atomen gibt. Der Haus folgt, dass die ausschein – die Struktur des Elektronen in unterschiedlichen Atomen gibt. Rosany 10-Girritus